So Leute hier sind wir wieder bei einem neuen Video zu Naruto Ninja Storm 4. Wir werden schon lange nicht mehr gespielt. Wir haben aber nochmal eben den Ton ein bisschen lauter machen. Wie gesagt, wir haben die Story schon zu 57% durch. Dass wir diesen Part schon durchspielen, bezweifle ich ganz ehrlich. Aber egal, wir sind jetzt bei die Vereinigte Front, Madaras Puls, das absolut böse schlägt wieder zu. Ja, wollen wir mal gucken. Wie gesagt, es sind lange Cutscenes und ja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn die zu Ende ist. Ich könnte es gut herausfinden, was ich tun kann. Und es tun. Obito, was du machst? Ein Mann, den ich früher versucht, zu nutzen. Nagato. Er hat mich mit diesem... Gido Art von Rene Rebirth. Wenn du das benutztest, dann wird... Warum hat Nagato mich nicht so gut verletzt? Ich glaube, ich verstehe jetzt. Die Emotionen Menschen, die zusammengezogen und zusammengezogen, können wirklich ein wirkliches Ding zu sein. Enough, Chatter. Es ist Zeit, dass unsere Anbition... ...bohren Fruits. Time to switch out Ghetto art Now I can fight for real No other body will do It is only a real battle when I can feel my blood boiling and my flesh dancing Madara, you were waiting for this the whole So this is Sage Jutsu Chakra Seems easy enough to use Madara, what are you after? Asirama Do you remember when I spoke to you in front of the Uchiha monument? He said that true happiness can be found when two opposing forces are brought together But I also told you that there was a different way to interpret that Uchiha sent you Only the one who acquires the power of both clans will achieve true happiness Do you not think that would make sense too? This is bad His next target will be Now it is your turn You wild beasts I knew he was going to go after the tailed beasts Hurry up and transform into your tailed beast state I can't right now I don't have enough of Kuromas Chakra I'll just have to keep him busy in this form until my chakra fills up Wait for an opening and then attack him all at once You are all mine I'll put a color on each and every one of you I don't think so So, unser erster Kampf geht endlich los Und zwar Naruto gegen Madara Oh fuck Recht aus der Übung How did you come back to life? Well, I suppose that we have to fail for you Come on, head off What's that for a shit Naruto? Stimme B greift leer an Da war ja was Time to put you to sleep Along with the tailed beasts The tailed beasts finally You will never let you catch them again So Jetzt machen wir hier mal so ein bisschen Damage Sehr schön, die Ulti Achse of Geheim Technik Finish House Können wir gleich versuchen Weil wir nicht verkacken sollten. Oh, perfekt. Sehr schön. Jetzt! Geh deine Hände! Wow. Yeah! Das sollte es machen. Sorry, I'm late, Lord Madara. Did you bring it? Of course. Now things will really get fun. Summoning Jutsu! That's... The corpse of the Tentails! What about the left eye? Looks like it'll still take them a while longer. Although, the same goes for this. Do not compare me to some brat who took years to get his pet back. This will take seconds. Watch. Limble Bordertail! You might try something. Watch out! Come on! What did he do? Now then. Back into your cages. Beasts! What power? I... I can't go on. Guys! 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 Jetzt sind alle Beasts zusammen. Der nächste kommt. Hmm? Naruto! Diese Pitterpatter. Er hat seine Beasts verloren. Was? Naruto ist jetzt auf der Brink des Todes. Wir können ihn noch immer wiederholen. Gehen Sie auf den Vorten. Ein Teil der Nine-Tales ist in ihm, auch. Aber was ist mit dir? Ich werde ihn beschäftigen. Gehen Sie! Es gibt kaum Zeit. Es gibt kaum Zeit. Bitte warte auf mich. Was willst du mit diesem Kind machen? Jetzt, dass er seine Beasts verloren hat, er hat es geschafft. Aber wir müssen ihn noch immer wiederholen. Naruto ist die Hoffnung von allen Shinobis. Ich fühle mich gleich. Du hast es verändert. Du hast ein sehr schweres Herz. Es war alles für die Stadt. Ich habe einfach schweren mein Herz, um die Stadt zu helfen. lovers werden. Das war dein Leben. Ich habe einfach geschehen. Ich wollte das irgendwie verliebt. Ja, das ist das, was du überrasst. Ich glaube es ist ein Hokage, ich bin mir gar nicht sicher. Genau, der zweite sogar. War schade. Okay, das sieht interessant aus. Oh. Ich wollte ihn einfach nur zu Ende des Landen des Hashirama. Aber diese Welt ist ein Produkt des letzten Person im Versehen. Hashirama. Und die Patience auf der Brink des Todes braucht eine drastische Intervention. Ich freue mich schon so auf Dragon Ball Kakarot, diese Attackenanimation sind ja von CyberConnect2 und die bearbeiten ja auch in Dragon Ball Kakarot, da freue ich mich schon so drauf. Oh, du bist ja auch in der Zeit. Oh, du bist ja auch in der Zeit. Was hab ich gesagt? Ich bin ja auch in der Zeit. Ich bin ja auch in der Zeit. Oh, du bist ja auch in der Zeit. Haschirama hat diese Welt mit Hypocrisien. In order to protect something, you must sacrifice something. Dammit! What is this? Even if that may be your friend, your brother, or your child. I have given you more than enough time. How unfortunate. How unfortunate. So this is the power of the Sage of the Six Paths. Now I just need my left eye. What's wrong? Sasuke's chakra. You're strong. You can't lose. You... I said I'm going! Hold on! Where are you going? To Sasuke! We need to hurry or we won't make it! You won't let him die! No matter what! I'll never let him die! Let him die! I'm here! I'm here! I'm here! I'm here! I'm here! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Okay, we can have a new chapter! Oh. das erwartet uns in den nächsten parts ja bis uns aber nächstes mal schon wieder und ja oder ein bisschen erst mal und ciao